Yo, hallo Leute, hier ist wieder euer TableTennisGamer und willkommen zurück zu The Legend of Zelda, The Minish Cap. Yo, The Legend of Zelda, Minish Cap, das ist unser Projekt, das ist unser Spiel, das ist das, was wir momentan hier spielen. Und wir befinden uns hier momentan im Tempel des Windes, wenn ich das richtig im Kopf habe jetzt noch. Ja, und da versuchen wir die Meute mal ein bisschen aufzumischen. Im Wind-Tempel, im Tempel des, oh mein Gott, des Windes und wir müssen uns beeilen. Wir müssen den Schalter mitnehmen. Oh yeah, und jetzt laufen wir noch einmal im Kreis und dann sollten wir es auch haben. Den Link, Link, du kleiner, kleiner, süßer Link. Ich liebe den Link, der ist so gut gemacht einfach. Ah, ich finde diesen Wind-Waker-Link finde ich nicht gut. Comics-Style ist nicht so meins, aber warte mal. What the fuck, so. Okay, wir brauchen immer noch ein Item, das Item ist immer noch nicht da. Äh, toll. Äh, lol. Lol, 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 lol. What, bitteschön, ist das denn für ein Troll? Will ich mir jetzt sagen, dass ich nur für den scheiß Kompass den ganzen Kack gemacht habe? Hä, das ist doch voll irrsinnig. Da komme ich nicht ran an die Truhe, da brauche ich das Item schon. Aber was ist denn mit den zwei, die zwei Thronen da, das sind doch, da muss ich auch graben. Hä? Ist nur noch rechts? Rechts irgendeine Truhe, die ich noch nicht habe. Das, Leute, das verstehe ich jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Das, was ist das hier eigentlich? Was ist das hier? Das verstehe ich nicht. Wo bin ich denn jetzt? Ja, ich habe immer noch die Beschleunigungstaste drauf. Ich weiß, ich bin so ein unfassbarer Noob. Hä? Hä? Aber hier war doch nichts Besonderes. Hier war das mit dem Minish. Ja, das habe ich eh immer noch nicht begriffen. Das habe ich eh immer noch nicht begriffen, wenn ich ehrlich bin. Da kommen wir da rüber, ja. Was mir da bringen soll, wenn ich da drüben bin, das, wie gesagt, habe ich immer noch nicht begriffen. Dann kann ich vielleicht, selbst wenn ich mit dem Minish hier durchkomme, was bringt mir das? Dann bin ich mit dem Minish hier oben. Ah, dann kann ich da runter. Alter, aber was bringt mir das, wenn ich da runter springe? Das bringt mir doch nichts. Ja, vor allem, weil ich doch hier selbst so ein Minish-Dingin habe. Boah, geh weg, Alter. Das verstehe ich überhaupt nicht. Aber ich muss nach rechts. Da ist noch eine Truhe. Da oben! Ja, normal. Aber wie komme ich da hin? Mit der F? Wie komme ich denn da hin? Ich muss runterfallen. Da! Da ist ein Minish-Loch. Jetzt sehe ich es. Da ist ein Minish-Loch. Jetzt sehe ich es auch. Jetzt erst sehe ich es. Alles klar, dann verstehe ich doch, was mir das Minish-Dingin bringt. Alles klar, ich verstehe, was mir das Minish-Dingin bringt. Okay, dann wollen wir mal ausprobieren. Hier mit meinem kleinen Mann. Hör mal, Link. Du kleiner Mann. Na, du süßer. Was? Link. Du bist süß. Ja, natürlich. Hol dir Prinzessin selber. Selber. Hol dir Prinzessin selber. Schnapp dir die Olle. Schnapp dir die Olle. Ach, guck mal. Ja. Nehme halt den Schmerz in Kauf. Ein wahrer Link. Der kann das aushalten für seine Prinzessin. Prinzessin Euphemia. Yo, was ist das denn hier? Das sieht ja schon mal scheiße aus. Danke. Das ist aber nett von dir. Yo, das finde ich aber richtig nett von dir. Weil das bringt mir auch so richtig viel jetzt. Ohne Item. Umkehrschluss. Wir dürfen das also irgendwann nochmal machen hier. Toll. Toll. Weißt du, Leute, das ist wieder Live-TT. Er findet wieder alles in dem scheiß Tempel. Nur ist zu blöd, das Item zu finden. Toll. Ey. Das ist doch so doof. Der Raum ist doch darauf ausgelegt, dass ich in der Lage bin, das zu schaffen hier. Oh mein Gott. Ich hab da eine Vermutung, die ich nicht aussprechen will. Mein Gott, wenn das stimmt, dann habe ich die Zelda-Regel Nummer 1 missachtet, Leute. Dann habe ich die Zelda-Regel Nummer 1, Eis, Kalb, Miss, Achtet. Das kann aber gar nicht sein. Das wäre voll schwachsinnig. Ja. Toll. Ich muss irgendwo nach oben. Ich muss irgendwie nach oben kommen. Ich muss irgendwie von oben da runter springen. Eine andere Möglichkeit gibt es für mich da nicht. Also ich sehe zumindest keinen anderen Weg. Aber wie komme ich nochmal nach da oben? Ah, ich glaube, ich weiß wie. Da gibt es eigentlich keinen anderen Weg, als den Weg, den wir ganz am Anfang gegangen sind, Leute. Ganz am Anfang. Geht mal weg jetzt. Ich habe jetzt keine Zeit für euch. Ganz am Anfang, erinnert ihr euch, da sind wir rechts rumgegangen. Eigentlich gibt es keinen anderen Weg. Ja, das wäre so... Das wäre jetzt so trollhaft. Aber wo soll ich denn hier? Moment, jetzt bin ich hier. So. Jetzt gehe ich noch weiter hoch. So. Und jetzt müsste ich gleich... Jetzt bin ich fast da runter. Tja. Tja, muss ich runter. Ja, leck mich doch. Ich habe keinen Schlüssel mehr. Ja, gut. Gut. Ich brauche einen Schlüssel. Aber wo kriege ich den her? Toll. Wo kriege ich den Schlüssel her? Mega. Da brauche ich das Item für. Moment mal. Sag mir nicht... Wer? Wer? Nee. Wollte gerade sagen. Ja, das ist natürlich eine ganz schöne Sache. Wie um alles in der Welt soll ich das bitte machen? Wie soll ich das bitte machen, Leute? Das geht doch überhaupt nicht. Ich bin gerade voll aufgeschmissen. Selbst wenn ich da hinkomme. Da komme ich... Also ich habe ja keinen Schlüssel, aber... Da muss ich runterspringen, Mann. Verdammte Kacke. Einfach da runter. Ich komme mit dem blöden Minish, komme ich da auch nicht durch. Ich kann mir mal kurz runterwerfen. So, ich kann höchstens hier. So, und dann... Tja, ist ein Minish. Oh, oh, oh. Minish. Minish, 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 Minish. Ah. Oh mein Gott. Ich verstehe. Ich verstehe mal. Aber wie komme ich mit Minish da hin? Von oben muss ich mit dem Minish da runter springen? Boah, Leute. Boah, Leute. Es tut mir so leid, dass ich überhaupt gar keine Ahnung habe von dem Game gerade. Ich weiß es echt überhaupt nicht gerade. Aber ich versuche mein Bestes, ja. Ich versuche. Ich versuche, das herauszufinden. Bitte flamet mich nicht für Versuche. Ja, ich versuche doch. Ich gebe doch mein Bestes. Das kann schon sein, dass ich das muss. Tschüss. Ja, ich verarsche mich selber. Ihr verarscht mich doch. Ja, natürlich. Ah, toll. Aber das bringt mir doch auch nicht viel. Na ja, gut. Immerhin haben wir jetzt ein Herzteil noch gefunden. Das ist ja auch immerhin schon mal was. Besser als nichts, würde ich mal behaupten. Kann ich jetzt hier nichts schieben? Ah, danke. Kann ich wohl. So. Okay. Tendenziell könnte ich mir mindestens jetzt hier auch rausgehen. Das bringt mir nichts. Da hinten ist noch irgendwas. Aber das bringt mir nichts. Ja, Leute. Das ist jetzt eine echt gute Frage, ne? Da oben, das sind die anderen zwei Thronen. Das sind zwei, glaube ich, zumindest zwei uninteressant oder so. Aber wie soll ich das denn jetzt? Wie, verstehe ich nicht. Wir haben noch einen Schlüssel. Der ist, ähm... Der ist bei dem einen reingefallen. Aber dafür brauche ich doch auch das Item, oder nicht? What the fuck? Wie komme ich bitte an das Item? Ich muss mich irgendwie da runterfallen lassen. Irgendwie muss das doch gehen, aber... Ich komme doch überhaupt nicht durch den Käse durch hier. Ah, danke. Danke, dass das auch schon wieder weg ist hier. Ach, ne, bringt ja eh nichts. Ich verstehe gerade überhaupt nicht, wie ich das machen soll. So, da geht es gar nicht weiter hoch erst, ne? Aber wie kommt man denn dann da überhaupt hin? Von da? Naja, gut. Naja, gut. Ähm... Naja, gut. Naja, gut. Naja, gut. Ich glaube, wir werden uns dann mit dem nächsten Part nochmal beschäftigen. Ich überlege gerade, ob ich das in der Partpause mal kurz nachgucke. Wo wir denn hier lang müssen, oder ob ich das selber herausfinde. Ich wäre eigentlich dafür, das selber herauszufinden, aber ich habe echt keine Ahnung. Das hier ist auch noch so ein Ding. Und warum ist das sowas? Aber ich glaube, das kann ich halt erst machen, wenn ich das scheiß Ding hinab. Aber wo geht es denn hier hoch? Ja, toll. Weißt du? Toll. Bringt mir überhaupt nichts. Ja, das ist doch scheiße. So. Ja, ich weiß. Ich habe jetzt schon überzogen und so weiter und so fort. Aber mich nervt das gerade. Ich will das jetzt... Ich will wissen, wie das jetzt funktioniert. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich so dumm bin. Also klar kann das sein. So, komm, mach. Ja, ich glaube, Leute. Ich glaube, wir werden im nächsten Part uns nochmal umschauen. Oh, oh, oh. Ich glaube, wir werden uns im nächsten Part noch einmal in diesem Dungeon hier umschauen. Und werden... Aua. Und ich werde schauen, ob ich vielleicht eine Lösung für unser Problem finde. Ja, ich gucke jetzt. Ich gucke jetzt. Das möchte ich eben nochmal gucken, Leute. Hier drin. Den Schlüssel komme ich nicht dran, ne? Oder gibt es hier einen geheimen Minish-Weg? Boah, du bist so eine Laufen... Guck mal, da ist ein Bombenraum. Da ist es für eine Bombe. Ja, bringen wir aber nichts. Nun gut, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich werde dabei mal gucken, ob ich irgendeine Lösung für unser Problem finde. Und bis zum nächsten Mal, euer Tabletans Gamer. Tschüss.